moin leute fährt er am start gta5 ich wollte euch begrüßen und einmal hallo sagen also das hier ist ein kleines infovideo der jan ist auch dabei aber der ist gerade afg deswegen habe ich mir gedacht mal schnell das video da steht er also ich habe die alligator bekommen das heißt ab jetzt werden alle videos auf der alligator aufgenommen wiederum auch dass ich neues mikro habe ich hoffe das hört man dann wiederum werde ich bin ich bei twitch vertreten ihr werdet dann im winter öfter live stream sehen und ich werde einfach mal ein paar videos oder er gesagt streams machen mit gta call of duty battlefield alle möglichen zeug genauso wie meine videos da kommen wir auch zu den videos da werde ich sagen es tut mir leid dass ich nicht so viele videos jetzt hochgeladen ab in letzter zeit aber das lässt die arbeit nicht zu momentan ist viel los und wiederum da werden videos kommen im winter es werden streams kommen wird einiges neues kommen was ich machen werde wiederum auch das borderlands let's play das werde ich weiter führen da das werde ich dann durch spielen da hört man auch den jan wieder kommen und deswegen hoffe einfach mal dass er noch ein bisschen dabei seid und meine videos kommt und das ist ein lappen ihr habt gewusst dass er wieder kommen will alter ich hab nicht mal gesehen dass du mit dem gestand ist okay ja klar ja mit denen werde ich halt auch zocken wieder das glaube ich auch oh da überfällt er die arme frau und ja sie die ich werde mit dir zocken okay ich glaube nicht alles ist es bisher noch gar nicht die drei spacken die waren vor zwei wochen waren die bei mir da ich leider noch keine neue da ich keine lust hatte zum aufnehmen gab es davon kein video das war voll von von oben bis unten aber sowas von voll ja da unten fahr ich jetzt ganz bestimmt nicht hin ja also das war das kleine info video geht ja nicht lange und ich wünsche euch immer noch viel spaß beim videos gucken und beim vielleicht wenn ihr mal selber zocken wollt wie gesagt schreibt mir einfach unter die videos und nein ja nicht du genau wie kommen eigentlich die löschen in die käse ja ja keine ahnung das sind die mäuse auf jeden fall richtig auf jeden fall bei twitch ich werde stehen den kanal einfach unten drunter verlinken und immer mal wieder reingucken ob ich online bin ob ich gerade streame wenn ich dann müsst ihr euch mit dem videos zufrieden geben aber bis dahin haut rein leute das war so klar bis dahin haut rein ein bis dahin